hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge bewischen danke so knapp bist du wirklich schon ich bin mir zu einem sturmgewerke wechseln weil ich einfach von der munition und so von der präzision aber ich probiere eine neue taktik aus wenn mir die munition ausgeht ob ich kann dann die waffe wechseln auf eine mp wie kannst du die wechseln wenn du nur drei waffen hast naja ich kann ja ins inventar gehen und ich habe mir die miet genommen ach so meinst du das ich probieren ob das geht dann kann ich jetzt eigentlich auch ich bin angehittet ok dann machen wir das jetzt besser nicht das unterstützung von wo kommen die schweine du hast doch sniper wäre es doch nicht gescheiter wenn du da oben bist wo ich jetzt bin soja und ich mache durch das signal da was soll ja okay wäre natürlich gut wenn ich das mache ja sag mal wo kommt ihr denn her aber hinten 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 rechts Da sind dann auch ein Typ. Ich muss das gleiche, dass wir von hinten kommen, mal. Jetzt kommt es wieder von dort. Oh, das war geil jetzt. Oh, da hatten sie. Ja. Ich halte da den links vom Lab. Okay, ich krieg's für nichts. Hauen. Passt. Danke, dass Sie die Straße geräumt und dabei noch den Müll entsorgt haben. Wir haben da richtig gute Arbeit geleistet. So, auf zum Meme-Einsatz. Oh, jetzt hab ich das weggedrückt. Wurscht. Die Gefangenen. Ausdruck. Da haben wir die glattesten Männer und Frauen vor mir in meinem ganzen Leben gesehen haben. Wir haben alle hier was zu tun. Untersuchung, Informant der Klinas. Okay, ich bin da jetzt bei einem Nebenanzeugs. Ich komme nicht weiter. Weiter. Das stimmt, wir brauchen die Informationen, aber ich bin nur der Wörter der Anfrage. Läuft. Wie die ersten Menschen. Weiter. Was weiter? Kann man runter springen dann auch? Oh, das war ein bisschen zu weit. Oh! Oh! Oh, ich liebe diese Waffe. Ganz schwul jetzt. Tak, tak, tak. Oh, pass auf, da sind wir gleich wieder. Also? Oh! Oh! Oh, ich liebe diese Waffe. Oh! 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 Oh, das war. Oh! Oh! Oh, das war. Na komm, Dach auf. Ja, brav. Mit der Waffe mache ich auch unglaublich viele Kopfschüsse. Obwohl sie unpräziser ist. Das sind, glaub ich, mehr Punkte. Ja, bringt doppelt Schaden gar nicht. Monitor. Das ist gut. Oh. So, wo kommen wir uns jetzt? Auf und da. Oh, Granate. Kann ich auch. Oh, pass auf, Sniper. Oh, ja, sehe. Hammer, schön. Ich bin fast nicht gesehen. Weißt du das? Ich hab gar nicht gesehen. Oh, zwei Granaten gleich. Oh, zwei Granaten gleich. Kommt noch wer her? Der ist Kulier. Oder ist ein Schaden. Oh, das ist eine Schade. Oh, mit dem. Oh, wer muss hin? Warte, ich ziehe da vor lauter auch nichts mehr. Das weiß ich, Entschuldigung. Nice. Kommt man eigentlich irgendwie rüber in der Ausrüstung? Wahrscheinlich, ja. Da. Ah. Oh. Oh. Oh, Granaten, Elite-Gegner. Oh, keine Ahnung, was das ist, aber er kommt gerne auf mich zu. Oh. 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 Ja, ich habe auch eine hingekommen. Yes, eine Brandkana hat da eingesammelt. Ja! Na gut. Nebeneinsatz 56 Meter entfernt. Schneller, schneller. Oh, fast, fast. Oh. 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 So. Agent. Ich weiß von einem Informanten, dass die Cleaners eine Mappe mit dem mit nützlichen Informationen besitzen. Auch nicht, dass ich in der Virologie nur eine Illusion ist. Das stimmt, wir brauchen die Informationen. Aber ich bin nur der Vermittler der Anfrage. Hm. Erfache ein Echo in der Nähe. Echo! Vengard, packen Sie ein und begeben Sie sich direkt zu Blackside Delta. Vermeiden Sie Feindkontakt und halten Sie sich zurück, solange es wirklich ist. Verstanden. Vengard Ende. Blackside Delta? Sind Sie von der CIA oder so einem Scheiß? Was haben Sie auch gut gemacht? Mit den Farbwechseln. Wenn du einen Echo hast. Oh, Expeditionsschule. Kabat SRS. Eine Sniper Stufe 12. Magst du das haben? Nein, das können wir dann machen. Okay. Interagieren. Wow. Das war es. Das war super. Sollen Einsatz hätte ich gern... Ja. Da war ein Nebeneinsatz ziemlich in der Nähe, sage ich mal. 0,2 Kilometer. Aktives Echo Signal geordert. Wenn es dir recht ist. Na, wo sagst du wo? Ich habe schon markiert. Agent, eine unserer Nachschublieferungen ist in Gefahr. Ich schicke die Koordinaten. Schon interessant, wie wir unsere lebenswichtigen Dinge wie Waffen, Nahrung und Medizin nennen. Nachschub. Vielleicht damit es uns nicht so dramatisch erscheint. Wir einen davon verlieren. Moment. � Das macht das einonto. Oh, wir haben letzte Ngresge. Oh! Oh! Danke. Oh, warte, ich muss jetzt ein bisschen heilen. Fast. Oh! Zeugend! Warte, ich weiß nicht, was ich da drüben war. Alter, wo ist sie? Um! Ah, da rauf! Oh, das war da. Apotheke. Alter! Alter! Oh, super. Hm, da ist schon mal einer rauf. Raufgekackselt. Bestell, das ist schwer zu verteidigen, aber auch nicht. Wir dürfen uns nicht überrennen. Ah, das ist da unten auch. Ja. Ah, ich hab da keine gute Schießposition. Schießposition. Oh! Schuppe ist da. Oh, rechts. Was ist das? Was? Ah, klar, rechts. Ah, das ist unten. Wieder unten. Irgendwo. Rechts. Ah, das ist da drinnen. Ah, shit. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Komm, welche? Okay. Oh! Oh! Oh, das hab ich auf allen beiden Waffen nachladen müssen. Das war jetzt falsch. Danke. Okay. Nein, der ist zerstört worden. Manchmal frage ich mich, ob ich... Oh, komm. Zurück, 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 zurück. ...zu kämpfen. Denken Sie darüber nach, Agent. Ende. Oh, da. Pass auf, pass auf. Oh! Aber Einsatz haben wir eigentlich abgeschlossen jetzt trotzdem. Ja. Na gut, mit dieser Schmach enden wir hier die Folge. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.